So. Versuchen wir das Ganze nochmal. Und nochmal und nochmal. Ich hoffe nicht zu oft. Er hätte mich gerade an den Haaren. Und länger und länger und länger. Länger und länger und länger. Oh, ich dachte schon, der geht jetzt nach unten, der Ball. Das ist echt ein Glücksspiel mit diesem Drecksding. Ja, und ich bin nicht gut im Glücksspiel. Ich ja. Aber das bringt uns ja jetzt nicht viel. Oh, nein, nein. Oh, warum? Kommt ihr das an? Du bewegst dich immer kurz vorher nochmal. Ja, das sollte ich nicht tun. Wow! Jetzt habe ich schon wieder auf den Ball geachtet. Aber das war gut, dass ich auf den Ball geachtet habe. Du hast ihn nicht bekommen gerade. Ja, war ich gerade mal ganz egal, FK. Oh, nein. Nicht weg, nicht dahin. Oh, gut. So, bald ist er in der zweiten. Ja, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Oh, oh. Nein. Boah. Boah. Nein! Du solltest dich beide treffen lassen. Du solltest dich beide treffen lassen. Das Problem ist ja, dass die Sau ja schielt. Sprich, auf Englisch heißt es ja Cross-Eyed. In diesem Sinne passt das sogar. Er ist echt merkwürdig, wie der da... Ich dachte immer, die Strahlen dürfen sich nicht kreuzen. Nein! Oh, ich habe ihn noch gekriegt. Ja, das habe ich auch immer gedacht. Bei ihm dürfen sie es wahrscheinlich. Nein, den kriegen wir nicht mehr. Oh, da geht er genau da durch. Ja, das ist gemein gewesen. Von jedem Weg, den hätte er nehmen können. Oh, ist das tückisch. Oh, ich bin schon wieder weg. Voll auf die Glocke da gerade, du. Guck, mir hat mir Lust, eine riesige Bombe auf die Osterinsel zu werfen. Und dort. Ich weiß gar nicht, warum. Tja. Und nochmal. Alles wiederholt sich. Alles wiederholt sich. Alles wiederholt sich. Alles wiederholt sich. So nach dem Motto. Oh, diesmal habe ich mich nicht mehr bewegt. War besser so. Ja, da kann er bleiben, der Ball. Das kann er den ganzen Tag machen, von mir aus. Damit diese dumme Sau eigentlich mal das Seilig entwickelt. Jawohl, voll auf die Glocke, du Sau. Sehr schön. Schwein gehabt. Nein! Oh. Nein! Nein! Ich werde hier drei Jahre älter. Vorsicht! Nein! Oh! Töding! Nein! Für die Sau! Endlich! Oh Gott! So eine Scheiße! Guck dir das an, was für eine Explosion! Bäm, bäm, Alter! Bei mir ist sie geklitscht. Sieht so aus. Bei mir ist es alles weiß, ja. Das ist aber, glaube ich... Oh! War das gut. So. Ja. Wer sagt nur das Wort? Auch das Wort ist nix dagegen! Ich hab's nicht gedacht, aber meine Fresse war das eigentlich scheiß. Na, zum Glück. Das ist die Freude umso größer, wenn die dumme Sau das Zeitliche gesegnet hat. Der hat es aber auch verdient gehabt, ey. Das war schwer. Ja. Ich hab schon Angst vor dem nächsten Boss. Ich weiß nicht mehr warum. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Das ist, glaube ich, nochmal er. Nur in seiner Superform oder sowas. Kann sein. Ja, das wär's noch. Ja, wahrscheinlich. Wow. Was? Okay. Ja, da kannst du den Ball hinschießen. Ja, der Arm ist. Er ist gezittert. Ja. Nein! Oh! Du warst genau unter mir. Ähm. Möchtest du den Satz nochmal bedecken? Nein. Ich wollte ihn gerade sogar noch revidieren und sagen, eigentlich warst du sogar hinter mir. Da, wo ich dich am liebsten habe, aber... Der Witz wird auch schon alt. Hat auch schon ein Bart. Nein. Revidieren ist doch wegmachen. Ja. Du hättest ihn ja sonst so geändert. Ja, 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 du Rechtschreib-Nazi. Komm. Das bist du. Dann kann man auch um die Qualle zu füttern. Wie? Nein! Oh! Die Qualle hat auch Hunger. Die hat auch ein Leben gewesen. Sie hat auch ein Recht darauf, zu leben. So gefüttert zu werden. Oh, die blöde Qualle. Okay, sie geht mir doch um. Das Nerven geht relativ locker von der Hand. Ja, das Nerven ist mir ein bisschen... Das ist so suspekt, könnte man sagen. Oh! Hol dir den Laser. Warte, ich hol ihn mir. Hol du ihn. Ich kenne mich fest. Nein! Schieß einfach. Hohoho. Ah, schön. Das ging echt locker von uns. Ja. Der nächste Cliffhanger wird der nächste Boss sein. Oh! Der kommt erst in Level 99. Oder wie war das? Das will ich hoffen. Das ist gut. Das ist so drei Bälle. Na gut, jetzt sind es noch zwei. Oh! Sind es wieder ein paar mehr. Alter. Nur am Vorbeischießen. Ja, du kannst was besser als ich. Nein! Oh, ich bin tot. Okay, das Nerven sollte ich aber auch richtig schaffen. I am Game Over. Boah. Was ich ja lustig finde, ist, dass die Laune sich immer schlagerlich bessert, sobald diese dumme Drechse an der Zeitlinie segnet. Also Bosse. Wenn man eine Situation geschafft hat, die nervig war, dann... Zum Beispiel Gehaltshandlung mit dem Chef. Ganz wichtig. Ja. Das dumme Arschloch, die Fresse hält. Ich verdiene mehr Geld, weil ich gut bin. Das ist kein Argument. Verdammt! Ja, seiner schon. Das klingt gerade richtig glücklich. Ja. Die Euphorie. Ich weiß ja nicht warum, aber irgendwie finde ich das geil, dass das so bunt ist. Sieht total cool aus. Ich kriege gleich einen epileptischen Anfall. Hä? Nur weil du glücklich bist? Merkwürdig. Nee. Das würde geflackert da die ganze Zeit. Am Hintergrund, ja. Das Gitterbild des Raumschiffes. Mir fällt der korrekte Ausdruck jetzt nicht ein. Nee, wie... Keine Ahnung, wie das heißt. Blonk. 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 Oh Mann. Ja, nervig, wenn man nichts zu tun hat. Ja, schön. Macht Laune. Dafür ist der Boss kaputt. Ja. Das finde ich cool. Habe ich glaube ich schon mal gesagt, die Gegner finde ich geil. Oder Gegner, was auch immer das sind. Immer das M auf. Ja, mega. Mega Ball. Wieso bin ich da weggegangen? Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Warum mache ich so was? Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Geht's ja darum, die Letzten zu werfen. Ja, die Letzten sind immer... Ja. Die Letzten halt, ne? Die Letzten, wenn die Ersten sein. Moment. Das wollte ich auch gerade sagen, aber ich hab's gelassen. Was keinen Sinn gemacht hat. Boah, stimmt das auch nicht. Wenn mein Letzter ist mein Letzter, dann kann man nicht Erster sein. Richtig. Jawohl. Wenn man versagt hat, hat man versagt. Muss man auch eingestehen. Ja. Da könntest du jetzt versagen. Das sieht böse aus. Das sieht nicht böse aus. Ah. Irgendwie hat dieses Geräusch was Beruhigendes. Dieses... Dumm, ding, ding, dumm. Dumm, ding. Also ich find das cool. Ah, Clue ist gut. Das verlangsamt den Ball. Ja. Das nicht. Oh, das nicht. Oh, Megaball. Der ist gut. Was ganz praktisch ist, genau, weil die silbernen Dinger dann sofort weg sind. Ja, guck mal, das silberne Zeug ist ja eigentlich Metall oder sowas, ne? Warum geht eigentlich das Paddeln nicht kaputt? Ich hab keine Ahnung. Sachen, die man... Sachen, wenn man nichts zu tun hat, dann kommt man auf so einen Scheiß. Das sieht böse aus. Da musst du jetzt ganz, ganz, äh... Das war daneben. Das war auch daneben. Das war daneben. Das war... Gut. Ja, ja, ja. Oh, sehr gut. Nein. Das Problem ist, dass das durch das goldene Zeug relativ schnell wird. Jetzt... Und? Wow, das ging ja schnell. Das ging einfach als ich dachte. Das hätte ich nicht gedacht, ne. Guck mal, eine Butterfliege. Stimmt. Ein Butterfly. Ein Schmetterling. Man darf einige Sachen einfach nicht wörtlich übersetzen. Nicht wirklich. Ein Butterfly. Och, ihr Lasergun. Schick du. Ich will die Laserbehalten. Nein. So nicht. Jetzt würde ich drauf gehen. Na, hoffentlich nicht. Das ist ja kein Let's Play Together mehr. Ja, ich kann ja noch mitkommentieren. Das ist ein Let's Play Commentier Together oder so. Das macht keinen Sinn. Let's play and comment. One place, the other commands. Also nicht commands, sondern commands. Nicht, dass ich mir Fähle geben will. Nein. Ja, gut. Kannst du ruhig. So was wie erwisch den Ball. Lass ihn bloß nicht durch. Das ist ja melhor. Gut.